Heute Abend, 21 Uhr, Deutschland gegen Polen, wird ein mega fettes Spiel. Ich tippe, es wird 2 zu 1 für Deutschland ausgehen und jetzt seid ihr dran. Ich habe nämlich vor, mit euch ein kleines Gewinnspiel zu machen. Und zwar schreibt ihr mir einfach unter dieses Video hier einen Kommentar mit dem Endergebnis, was ihr tippt. Das heißt 1 zu 0 Deutschland, 3 zu 0 Deutschland, 2 zu 1 Deutschland, 3 zu 2 für Polen. Schreibt einfach rein, was ihr tippt. Das Ganze geht übrigens bis 21 Uhr, also bis Start des Fußballspiels. Ihr könnt natürlich auch unentschieden tippen, also 1-1, 2-2, 3-3, je nachdem was ihr denkt, alles ist möglich. Und der Gewinner, der richtig getippt hat, bekommt dann von mir einen Steam-Code geschenkt, einen random Steam-Code. Wenn mehrere Gewinner oder wenn mehrere Leute das gleiche Ergebnis getippt haben sollten und das Ergebnis gewinnt, wird natürlich dieser Key unter den Leuten ausgelost. Also es wird auf jeden Fall fair zugehen. Also bis heute Abend, 21 Uhr, hier unten den Tipp abgeben und eventuell abräumen. Wer nicht weiß, was ein random Steam-Code ist, den Steam-Code kann man nur über Steam bzw. auf dem PC aktivieren. Ich habe da keinen Endfluss drauf, was da drin ist in diesem Key. Also einfach Produkt aktivieren und dann kommt da irgendein Spielball raus. Ich weiß es nicht, es kann ein Spiel für 20 Cent sein, es kann aber auch ein Blockbuster-Spiel sein. Das weiß man nicht, da stecke ich auch nicht drin, das ist keine Ahnung. Für Konsolenspieler gibt es dieses Ganze leider nicht, das geht nur auf dem PC. Das heißt, Konsolenspieler können sich einfach mal gechillt zurücklehnen, sich den Sack rauen und dann an ihren Händen riechen. Und gebt mir doch bitte mit einem Daumen hoch oder Daumen runter Bescheid, ob ihr solche Aktionen vielleicht öfters haben wollt. Gerade innerhalb der EM in den nächsten Deutschlandspielen. Ich hoffe mal, dass Deutschland noch ein paar Spiele mitmacht. Daumen hoch bedeutet, ja, Fußball und Steam geht es für alle. Daumen runter bedeutet, macht ja Spaß, schon wieder Gewinnspiele. Gleich mal der Abo geht gar nicht. Also lasst mich auf jeden Fall wissen, dass ich weiß, ob ich sowas einfach nochmal erbringen kann. Oder halt eben auch nicht, ob euch das nicht gefällt, ob ihr da keinen Bock drauf habt. Ich freue mich auf jeden Fall heute Abend auf das Spiel. Ich bin gespannt, was ihr tippt. Lasst krachen, viel Spaß beim Spielen, viel Glück auch beim Tippen. Bis zum nächsten Video, euer Base2Heart. Ciao.